Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Fluchtreiter anzunehmen bei Marina Kennaar in Der Tüva Gardesund. An dieser Position, hier bin ich, nehme die Quest gleich mal an und darf mich nun zu diesem Punkt hier bewegen. Lauf gleich mal los. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Marina Kennaar in Der Tüva Gardesund. An dieser Position. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao. 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 Ciao.